ja okay dann starten wir die mission einfach noch mal schön mit der weiber wir sollen nur gewinnen moses nichts anderes das ist einfach so ist wo bist du moses hinter mir nein alter hier war ja action jackson angesagt so erst mal vorbei hier das ist eine dreckstrecke ja zum anfang hat man immer noch die autos am rum hüpfen zum anfang musst du ja auch wirklich hat man auch keine chance warum die ganze zeit die autos hier rumpacken da musst du warten bis sie weg sind ich war ja auch vergraden und auf einmal einer direkt vor mir auf und ich crasht rein was ist das denn jaja kom kommt haus muss es irgendwie bist du das nee das andere Ich bin schon wieder ganz hinten, weil ich gecrashed bin, ey. Ich bin so auf den Sack hier mit diesem Server-Problem. Der driftet aber super. Drift, Maximus. Auto von vorne. Aber ich kann es nicht halten. Ich kann es nicht halten hier. Das ist einfach so glitschig hier. Ich bin nur am Driften hier. So. Ja, da brauche ich ein anderes Auto. So. Hau ab! Ich weiß nicht, wie man hier Winterreifen draufbauen kann. Gar nicht. Leck mich am Arsch! Wann waren das hier? Ab 18 kommt Clubbe-Sommerstrecke wieder. Oh! Oh, jetzt habe ich in der Kurve ein bisschen Turbo-Boost gegeben. Und der schlingert, der schlingert. Und jetzt bin ich auf der Geraden. Jetzt kann ich ein bisschen Topspeed geben. Äh, da geht der Saft wieder aus. Mit der Viper. Ich komme wieder ran an die Arsch, Mann. Aber ich muss jetzt gleich wieder... Die Karre rutscht mir auf der Geraden weg. Ja, bei dem... Äh... Ganz leicht gelenkt und die Karre rutscht volle Suppe weg. Ja, du musst hier wirklich... Fingerspitzengefühl... Mann, was ist mit dem LKW los? Der ist offener Typ. Der hat wahrscheinlich vorhin meinen Stream gesehen hier, beim Eurotruck-Simulator. Da dachte er, ja was der Maximus kann, das kann ich genauso. Scheiße fahren. Oh, scheiße, die waren dann. Scheiße fahren? Hast du Lixi-Klos geladen oder was? Ja. Oh. Oh, mit Gefühl fahren. Das Problem ist, Maximus hat kein Gefühl. Oh, die Karre driftet aber auch eine Scheiße zurecht. Und da werde ich schon wieder überholt. Dritter Platz. Aber... Obwohl ich das erste Mal hier gefahren bin... Ach, hier spawnen vor mir, Ena. Der Erste. Was ist denn hier los? Ich sag ja, die sind voll am rumwagen. Das war jetzt das erste Mal bei mir, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt bin ich auf grün. Asphalt, äh, grün gedözt. Oh. Oh, jetzt muss ich noch ein bisschen Schuhpakete geben, dass ich noch Erster werde hier. Oh. Was ist denn los hier? Hat er sich verschluckt, der Wagen? Oh. So, komm, 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 komm. Mit deiner über 600 PS Attacke, hü. Du musst es doch packen hier. Oh, der hört sich ja an, ey. Ah, los, 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 komm. Kurz anbremsen. Oh. Also, wo ich das erste Auto hatte und hier lang gedödelt bin, da hatte ich... War ich auch die ganze Zeit nur hinten. Und ab dem grünen Punkt konnte ich den aufholen. Wo es dann langsam wieder ein bisschen Sommer wurde. Oh, ja, es läuft. Bei hohen Geschwindigkeiten ist die Vibe aber ganz gut in den langgezogenen Kugeln. Aber so fährt es irgendwie kritisch wird. Nein, ich werde schon wieder überholt. Weil ich mich scheiße anstelle. Komm. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Komm. Da vorne ist das Ziel. Komm. Klasse, das ist deins. Aber das wird, das wird nicht so gut. Wie weit seid ihr denn weg? Ach, so weit. Naja, bestimmt. Ich weiß nicht, ob der sich orientiert von Schwierigkeitsgrad, der mitspielt, wisst ihr? Ja, wir haben es doch geschafft. Wir nehmen jetzt das nächste Rennen. So, naja. So sieht es aus. Bronze. Was soll man tun? Was soll man tun? Ja, wir nehmen jetzt das Rennen. So, naja. So, naja. So, naja. So, naja. So, naja. So, naja. Vielen Dank.